Hallo und herzlich willkommen zurück zu Town of Salem mit dem Kryan, mit dem Blankwolf, mit dem Garg und der Krysoukia. Hallo. Wer von euch ist rot? So viele. Wer von euch ist grün? Meine einer. Ich. Fuuuck. Alle gegen Alex. Richtig so. Ich habe keine Scrolls bekommen. Meine Scrolls hat auch nicht gezündet. Ich habe einfach keine Scrolls drin. Das könnte ja interessant werden. Vielleicht. So, ich sage voraus, ich sterbe heute Nacht. Sag mir, wer du bist, dann töte ich dich. Mrs. Rifle, Mr. Rifle, Mr. T, Rainbow, Lemon, Gunner, uns, Charlie, Jelly, Sam, Cheesecake, Oshifu, Asriel, Dremur und Lula, Brigida. Du spielst ja alleine, oder was? Scheint so. Nee, ich spiele alleine. Ja. Ich habe gefragt, wer du bist, du hast einfach jeden Namen vorgelesen. Ja, ich spiele alle von denen. Keine Mutter, dass du kacke bist. Verdammt, ich bin nicht gut. Verdammt. Alex hättest mich nicht umbringen können. Nee. So, mal schauen. Mafi Kill. Okay, Mafi Kill. So, jetzt Jailer tot, damit es richtig gut läuft. Nein, ein Bodyguard. Oh, Bodyguard ist bei Rainbow gewesen. Rainbow muss Mafia sein. Der hätte ja mal seinen Job machen können und sterben können, wenn er einen anderen mitnimmt. Aber nein. Irgendwann hat sich der Mafiose entschuldigt, ne? Oder der Godfather. Je nachdem, was es ist. No, Bodyguard. Oh, Bodyguard. Thanks for trying to help. Help. Könnte Alex sein. Nee, könnte nicht ich sein. Ich hätte help nur mit einem L geschrieben. Ah, davon ein Doppel-P, ne? Watt, help schreibt man, h-e-l-p, Punkt. Und ich dachte immer, da gehört ein Ausrufezeichen dran und nicht ein Punkt. Äh. Bist schon lange nicht mal vom Server geflogen, oder? Ja. Nö. Pst. Pst. Alle drauf. Ja, was haben sie jetzt gegen uns? Keine Ahnung. Er hat uns Shefu gebohrt, deswegen werden wir jetzt alle Unk. Easy gesturing, was ist da los? Unglaublich. So, jetzt ist er bestimmt Jailer. Unverständlich. Ja, komm, der ist doch bestimmt Jester. Hundertprozentig. Ich will schuldig. Alle drauf. Easy, ich hab ja Bock zu pokern. Und wenn ich der Einzige bin, ist auch egal. Ich glaub, ich weiß, wer... Ich glaub, ich kenn einen von euch. Und zwar? Na, das verrate ich nicht. Aber mal gucken, ob ich ein Recht hatte. Du hast nie Recht. Glaubst du, Unk ist einer von uns? Nee. War auch 2 zu 1 schuldig gewählt. Weißt du, jetzt lässt er sich feiern? Das war so offensichtlich. Ja, natürlich war das offensichtlich. Und da sind echt noch Idioten da, die schuldig wählen. Komm, 50-50 schau's, dass ich überlebe. Echt? Habst du doch schuldig gewählt? Natürlich, ich wollte den Coin flip. Dann ist Kryan Mr. Riffle. Nee. Äh, äh. Doch. Nein, ist er nicht. Er ist Asriel Dremur, wenn dann. Weil Kryan hat deine Default-Skins immer an. Wenn du meinst. Und jetzt warten wir. Ich lebe noch. Boah, ich lebe auch noch. Sehst du? Ich hab doch gesagt, er ist nicht Asriel. Komm, er hat wie unschuldig gewählt, mir dafür erschossen. Das ist ärgerlich. Was interessant ist, es scheint kein Nutri-Killing zu geben. Es ist kein geklemmt, dass er arsonistisiert wurde. Richtig. Oh, Mr. Riffle soll Mav sein. So sieht die auch schon aus. Wenn man den letzten Willen von V dir glauben darf. Die Frage wäre, was V denn ist, Vigi. Und woher will der das wissen? Es scheint doch in seinem letzten Willen, dass er Vigilante ist. Ja, aber woher will der dann wissen, dass Dingens Mafia ist? Isn't she dead? She's immune. Richtig. Er hat geschrieben, er schießt sie an. Huh. I'm sorry, Chester. Wieso? Ich bin geil, wenn er jetzt auch selbst auch Chester wäre. Einfach Mafioso. Was für ein Idiot. Ah, der Alex freut sich. Nö. Tut er nicht. Sie haben ja wieder die ganzen Herren Köppen bei sich vereint. Ja. Natürlich, die könnte gejade worden sein, ne? Theoretisch ja. Oder extra sein. Theoretisch ja. Wahrscheinlich ist er jetzt Executioner. Der Target war V. Wird jetzt hochgewählt. Gewinnt auch als Chester. Ah, das war so gut. Au, er klemmt attackiert worden. Und gehealt worden. Claimed Sheriff. Er muss böse sein. Mrs. Rival ist Godfather. Und Ochefu ist Ding. Oh, das könnte so ein schnelles Spiel sein. Hm. Man fragt sich natürlich, ob es wahr ist, ne? Man darf nicht vergessen, wir haben immer noch die Random Neuters. Nein, nur noch zwei. Was eine Mehrzahl von Random Neuters ist, oder? Nein. Warte, 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 warte. I'm the Sheriff, I investigated you. Ja gut, ist natürlich dann klar, dass sie da nicht Ding sein kann. Außer sie erschlusst. Dann muss sie die Anyrolle sein, eventuell. Nein, das war doch der Sheriff Claim, oder? Der gesagt hat, dass Brigida Gottfarrer sein soll. Ich habe meinen Job gemacht. Hoffentlich hat es richtig gewesen. Oh mein Gott, du warst ein Bodyguard. Ja. Ich hoffe, ich habe einen Vigilante nicht gekillt. Du hast einen Lemon getötet. Ja, offensichtlich. Aber ich hoffe, dass ich richtig protected habe. Weil ich war kurz am Überlegen. Aber es war ein Sheriff Claim. Da musste ich draufgehen auf den Sheriff Claim. Du hast die Lola beschützt. Mhm. Ja, weil sie halt Sheriff Claim hat. Soll ich spoilern? Ich habe unseren GF gekillt. Jawohl, dann war es ja gut. Gut, ich habe meinen Job getan. Alles gut. Aber im besten Fall ist nur noch ein Mafioso da. Weil es scheint keine Random Nutri-Killing-Rolle zu geben. Welcher Wett? Es gibt ja keinen Wett. Wahrscheinlich eher Witch. 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 Oh, die schreiben eine Scheiße. Da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Naja, mal schauen, wer von euch noch was reißen kann. Ihr lebt ja anscheinend noch alle. Das war's. Die beiden Protective sind raus. Und ein Killing. Ich wette, ich hab grad die Zukunft vorausgesagt im Dev-Chat. Nee, hast du nicht. Hab ich nicht, schade. Aber du hattest recht, ich war gejailed. Naja, das war offensichtlich. Es war auch klar, dass du das bist. Würde mich mal interessieren, was die Random Neutrals alle geworden sind. Oh, Jailer down. Na toll. Und einer claimt Ding. Hat das irgendjemand realisiert? Oh, Jailer down. Oh, Jailer down. Sie wurde ja geframed, als der Gottfasser noch liebte. Ja. Ja, da hat der Jailer auch recht. Also das ist bisher für ihn extrem kacke gelaufen, weil alle Claims möglich sind, die er bisher hatte. Weil noch so viel offen ist. Hat auch geschrieben, Curse you, it's claimable. Ich behaupte, ich weiß, vielleicht's nächstes stirbt. Das Geilste, was jetzt passieren könnte, wäre, ähm, Annie oder Random Torn Räte, der den Jailer wiederbringt. Ich glaub, aber ich hab gleich einen Namen für euch zum Reporten. Dann haben wir nämlich einen Afghan Game Thrower. Oh, du meinst deinen Killing-Typi. Das heißt, die Annie-Rolle ist Mafia. Gut zu wissen. Ich bin tot. Tschüss, Kark. Machst du den Lookout? Ja. Oh. Echt, du warst Gunnar? Ja. Ich dachte, Mr. T wäre Lookout, weil er hat's geclaimt. Ist beides möglich. Ich weiß. Warum hast du mich gefragt, welche Rolle ich hab? Es könnte dir völlig egal sein, es starb keiner, die ich besucht habe. Na und? Oh, er war bei mir. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020